Also du bist lieber bei Putin wohnen, als bei Bibis Beauty Palace. Genau. Das ist mein Statement. Beverly Hills, denn ja. Hast du die Musik gehört gerade? Ja, die ist jetzt ganz schön leise geworden. Ja. Das ist ja super. Kann man ja reden jetzt. Ganz im Gegensatz zu dir, denn du bist schon wieder am Start, das ist ja wundervoll. Im Gegensatz zu mir haben andere Leute auch noch Gaumenschmerzen, ja. Die jetzt hier sich da die Knorre rausruppen haben lassen und dann sich gewundert haben, warum es eine Woche später immer noch wehtut. Ja, aber ich habe Tino jetzt auch schon gesagt, dass er meine neue Referenz ist für der schwierigste Weisheitszahn-OP-Verlauf. Wieso? Weil ich das bis jetzt so nicht mitbekommen habe. Achso, ich habe dir glaube ich nicht alles gesagt, dass das jetzt sich nochmal entzündet hat und da so Eiterbläschen in seinem Mund sich gebildet haben und so. Hat da jemand seine Antibiotika nicht gegessen? Das weiß ich nicht. Der ist vielleicht Antibiotika-Verweigerer. Wer noch Verweigerer ist, ist so eine Tante. Soll ich das mal kurz erzählen? Das ist nämlich eine News. Erzähl mal die News. Warte, warum machen wir News? Weil, ach, wir sind Brennpunkt Internet und wir reden über alles, was mit dem Internet zu tun hat. Alter, ein herzliches Aloha von der Datenautobahn. Ich bin Herr Rodes Armloch. Und ich bin nicht Tino Ranacher. Der ist vielleicht nächste Woche wieder da. Je nachdem, wie viel Blut aus seinem Gesicht spritzt. Wird das gerade aufgenommen? Kommt das ins Internet? Ja. Alter, Scheiße. Sie haben mir ins Gesicht gemikrofohnt. Sie haben jetzt nicht gelauscht. Ja. Ja, die Welt lauscht zu. Wieder mal um die 100 Leute. Also der Erfolg reißt ja nicht ab. Meine Fresse. Also die Zuschauer zahlen wäre ja der Wahnsinn. Ja. Also vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Diesmal sogar pünktlich. Wow. Sonntag 12 Uhr. Da kann man sich die Uhr nachstellen quasi, wenn man wissen will, wann Sonntag 12 Uhr ist. Also, wenn du jetzt quasi in der Aufnahme schon sagst, dass es pünktlich kommt, da ist aber jemand confident. Ja. Na, da bin ich mal gespannt. Geil. Wird wieder jemand kommentieren, dass wir schön punktlich sind. Ja, und es wird jemand kommentieren, wie geil das letzte Wortspiel war, was wir da in Zusammenarbeit erarbeitet haben. Ich hab schon gehört hier. Ea Kulava im Vulvagan. Also da war ich dann schon ein bisschen glücklich, als es fertig war. Ja, dazu hab ich eine Meldung. Nach Hunga Tonga Hunga Hapai. Jetzt Hanna Horka aus Tschechien. Doch. Griffige Überschrift. Und zwar ist das eine Dame, die aus Tschechien kommt und die hat gesagt, hat sich sagen lassen. Gibt ja mal dieses, ich habe mir sagen lassen, ja. Und die hat sich sagen lassen. Ja, ich hasse das. Ich hasse das. Die Vorstellung, ey, kannst du mir mal etwas sagen? Also, weißt du, so, ich hab mir sagen lassen, meine Mutter ist krank. Ey, kannst du mir mal sagen, meine Mutter ist krank? Deine Mutter ist krank. Danke. Ich sag mal so, wenn die Übergänge stimmen, dann ist der rote Faden scheißegal. Okay. Okay, gut, dann ist die Meldung jetzt hier abgehakt. Nächste Sache. Nee, mach doch mal. Hanna Horka, oder wie sie heißt, also man muss das quasi tschechisch aussprechen. Ist das die Schwester von Tony Horka? Das könnte tatsächlich möglich sein. Der tschechische Tony Horka ist ja im Übrigen der beste Skateboarder der Welt. Ja. Und Rampen fahren ist eh besser als Planes. Also ich sag immer, High ist besser als Planes. Planes, Alter. Wie sagt man das? Impflat ist das. Geil. Ne? Und diese Hanna Horka, im Übrigen, also egal. Die hat sich gedacht, Impfen ist richtig schlecht für den Körper. Ich höre mir jetzt eine sogenannte schmutzige Impfung und hole mir einfach Corona. Einmal in Schlamm gehalten. Quasi. Ich höre mir einfach Corona, dann bin ich immun. Hat auch geklappt, allerdings ist sie jetzt auch tot. Es ist eine tschechische Sängerin und die hat sich absichtlich mit Corona infiziert und hat damit sogar auf Facebook geprahlt, wie harmlos das Virus ist und ist dann gestorben. Und dann gab es eine riesige Kontroverse in Tschechien und der Mann und der Sohn, die haben auch Corona gehabt, die waren aber geimpft und haben das deshalb überlebt und die treten jetzt aktiv gegen Impfgegner auf, weil die das nicht witzig fanden, dass das so war. Fanden die nicht witzig, dass die Mutter gestorben ist, ja? War einer der schlechteren Witze, ja? Ja. War Mario Barth. So von der größten Ordnung, ja. Kennst du das? Kennst du das? Frau stirbt an Corona. Nochmal bitte? Kennst du das? Kennst du das? Frau stirbt an Corona. Genau, ja, genau. Ne, ist das einer von diesen Tino News? Die anders. Kennst du das? Die stirbt. Die stirbt. Pass auf, pass auf. Kennst du das? Die stirbt an Corona. So, musst du machen. Ja. Und dann lachen wir. Für die Zuhörer, nämlich mal zusammengefasst, ich habe dir ganz viele Nachrichten, die Tino für die Woche zusammengetragen hatte und in freudiger Erwartung war, diese zu präsentieren, habe ich an dich weitergeleitet, ohne mir sie selber durchzulesen, ja? Und jetzt bist du bestens vorbereitet. Genau, und jetzt musst du raten, welche News von mir sind und welche von Tinko. Also, Hanna Horker ist wahrscheinlich von ihm. Okay, gut, richtig. Beziehungsweise, er hat gesagt, irgendeine Tscheche nicht, ich musste das nochmal nachgoogeln. Ach, guck doch mal, richtig investigativ. Kann man sagen. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist, ähm, ist das natürliche Auslese? Wenn ich dir jetzt sage, was du dazu sagen sollst, ja, da kann ich auch alleine Podcast machen. Toll. Ja, dann mach das. Gut. Ich habe nämlich hier noch mehr Meldungen, aber du kannst ruhig auch was sagen, das erlaube ich dir. Muldungen, habe ich gerade fast gehört. Muldungen? Naja, statt Meldungen, Muldungen, wenn es halt so dumme Menschen sind, weißt du? Okay. Och, entschuldige mal. Okay, verstehe ich nicht, aber mach mal weiter jetzt, die Leute, die wollen das hören. Nee, Hanna Horker, also es ist ja gut, dass ihr Opfer nicht umsonst war, sondern der Mann sich jetzt da mal reinhängt, mal die Ärmel hochkrempelt und mal die Impfspritze in die Hand nimmt. Ja, in Tschechien sind auch weniger Prozent geimpft als in Deutschland. Dennoch, zweite Meldung, ja, dritter Corona-Rekord am Freitag. Es gab Mittwoch einen Rekord, es gab Donnerstag und Freitag, glaube ich, einen neuen Rekord bei Corona-Ansteckungen diese Woche. Wenn nicht sogar auch Dienstag, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Da würde ich mich ja immer fast aus dem Fenster lehnen und sagen, bis Sonntag, also heute, gibt es einen neuen Rekord. Ja, 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 aber wie wir alle wissen, sind die Peaks ja immer am Mittwoch. Das heißt, kann sein, dass es jetzt erstmal so wochenschwingungs-oszillationsmäßig erstmal über das Wochenende ein bisschen runtergeht und dann am Mittwoch umso mehr. Was sagst du, was machen wir gerade, was machen wir jetzt, was machen wir hier? Na, eine Flasche Sekt auf, würde ich sagen. Flasche Sekt auf. Nee, mir ging es eher um die politische Handhabe solcher Sachen. Also manche reden ja schon von Durchseuchung, andere reden von auf gar keinen Fall. Ja, in Krisensituationen ändert man ja auch nicht die Politik. Weißt du, mach mal gleich, jetzt habe ich eine Meldung zu. Nee, also ganz kurz, weil ich habe die Zahlen echt nicht so verfolgt die letzten Wochen. Du hast mir gesagt, wir haben jetzt das allererste Mal 100.000 geknackt, ja? Genau, und einen Tag später hatten wir 130, einen Tag später hatten wir 140 oder so. Ja, weil 135.000 sehe ich jetzt hier bei Berliner Morgenpost als letztes. Und das für heute ist ja ein bisschen weniger. Das ist ja beachtlich, aber Frankreich wiederum ist halt trotzdem bei 3.600, da müssen wir uns jetzt nochmal ranhalten. 3.600 Inzidenz, oder was? Ja, ja, Inzidenz. Wir sind ja auch mehr Menschen und so, das wird schon. Und bessere auch. Das, naja, das muss man ja nicht jedes Mal sagen. Das wissen die. Ja, also... Was denkst du, was wird passieren? Werden wir wieder downgelockt? Wenn wir downgelockt werden, werden die Zahlen runtergehen? Ich glaube kaum. Also ich glaube schon, aber nicht so schnell wie nötig. Ich glaube gerade nicht an Downlockung, ehrlich gesagt. Weil irgendwie, da ist ja auch insgesamt so eine zu große Abneigung irgendwie mittlerweile bei allen. Ich weiß nicht, ob man das da machen will. Und ich glaube, in Portugal haben die das gemacht. Und Portugal hat aktuell auch fast 3.000er Inzidenz. Ja, das ist so die Stimme, die ich wiederholt von anderen Leuten inzwischen höre. Ist so ein bisschen, wir können jetzt machen, was wir wollen. Die Zahlen gehen nicht so schnell runter. Es würde wahrscheinlich nicht viel bringen. Es wäre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist viel zu ansteckend. Das ist glücklicherweise natürlich weniger gefährlich. Und dadurch ist Durchseuchung realistisch, wenn wir mit dem Impfengas geben. Und sowas ähnliches sagt halt auch Herr Drosten. Aber das war, glaube ich, schon letzte Woche die Meldung. Portugal hat eine Impfquote von 90 Prozent vollständige. Das ist ja hart. Vollständig zwei oder drei? Ach so, das steht hier nicht. Vielleicht haben die keinen Boostern. Das kennen die da nicht. Deutschland pimmelt ja irgendwo bei 50 Prozent rum aktuell bei Dreifachimpfung. Und bei doppelt irgendwie 75 oder nicht mal. Weiß ich gar nicht. Aber vielleicht ist das jetzt die letzte Phase. Manche sagen so, andere sagen so. Herr Lauterbach sagt zum Beispiel, lieber nicht. Lieber nicht durch Seuchen. Lieber Maßnahmen machen. Ich finde, durch Seuchen ist auch einfach so ein geiles Wort. Naja, wie willst du es sonst nennen? Das ist irgendwie wie, wenn du einmal in Prag in den Puff gehst. Okay. Schön durch Seuchen heute. Ist man dann auch erst mal gegen Tripper immun oder? Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Doch, doch. Genau so. Ja, also Corona ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Naja, gut. Ich habe jetzt auch gesagt, das ist wegen den Rekorden. Aber wir müssen jetzt nicht jede Woche sagen, es gab wieder Corona. Spoiler, nächste Woche gibt es wieder Rekorde. Geil. Ich freue mich drauf. Ne? Nur, dass... Mein Kindersekt. Da könnt ihr gleich eine Stunde sparen. Da müsst ihr gar nicht einschalten. Bitte? Ich mache mein Kindersekt auf. Kindersekt. Ja, Kindersekt. Das hat sich richtig bei mir eingebrannt. Und ich liebe das. Ich habe, glaube ich, nur aus diesem Grund mir zu Silvester Kindersekt geholt. Also wirklich irgendwie babbeln. Ähm, das ist bitte nicht Werbung für Konkurrenz machen hier. Ja, es gibt auch Radiolotte. Genau. Ja, jetzt habe ich mich hier an meinem Stuhl zurechtgesetzt. Bin ich ready. Warum sagst denn du eigentlich die ganze Zeit hier nur tolle Nachrichten? Hast du schon das mitgekriegt, was ich als allerletztes jetzt hier noch rausrecherchiert habe? Ja. Die Menschen, das Schloss von Putin. Ach das ja, die Menschen. Hast du da schon mal reingelunzt in die Bilder? Nee, ich habe mir den Link noch nicht angeguckt, weil das bestimmt einer von russischen Hackern ist. Ach so. Ja, es ist ein Google Drive Link. Da sind Driven. Da sind, die versteht wieder keiner. Die besten Gags. Und, äh, ja, 500 Bilder, die jetzt geleakt sind. Das gab es ja auch irgendwie schon vor einem Jahr war das schon im Gespräch mit Nawalny und so. Und die Nawalny Foundation hat das jetzt geleakt. Und das sieht halt auch einfach nicht so geil aus. Ich würde da auch nicht wohnen wollen. Ich fand, für mich war das Highlight, dass da so eine riesige Badewanne ist und daneben so ein kleines Scheißhaus. Und, keine Ahnung, so ein riesiges Schloss, aber so einen separaten Scheißraum hat er dann doch nicht. Sondern irgendwie so ganz unästhetisch steht dann das Klo da so mitten im Raum irgendwie. Ganz komisch. Na, manche haben solche Prioritäten, manche haben solche Prioritäten. Vielleicht gibt es auch erst ein Scheißhaus, wenn die die Ukraine eingenommen haben. Man weiß es ja nicht. Ja. Vielleicht wird dann dieses Land der Ukraine deren Scheißhaus. Ja, aber ich würde sagen, wir können jetzt wirklich nicht jede Woche sagen, öh, Russland steht an der Grenze der Ukraine. Das ist ja wirklich keine Use. Folglich wollte ich meine Frage absetzen, bitte. Das hat sich aber schon, also ich weiß, das ist jede Woche so, das hat sich schon zugespitzt. Ja, Spoiler, es spitzt sich nächste Woche wieder zu. Ja, möglich. Naja, also es haben halt viele Länder jetzt was hingeschickt, so. Was hingeschickt? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst. Ja, also Großbritannien hat 30 Elite-Truppen hingeschickt. Ja, das klingt dann wie so Rambos, aber das sind dann eher so Leute, die sich auskennen. Ja. Und aber auch Anti-Panzerwaffen, 2000 Stück. Spanien hat ein Kriegsschiff hingeschickt. Dann Lettland, wie heißen die ganzen da oben, Litauen, Estland, haben auch Anti-Panzer und Anti-Aircraft-Raketen hingeschickt. Wie will denn Russland die Ukraine einnehmen? Mit Schiffen? Die kommen übers Schwarze Meer und dann machen die den Hafen dicht. Meinst du? Das geht natürlich, dass die dann bei Taganrock da absetzen und da ihre Schiffe dann irgendwie nach Mariupol schicken und dann den Hafen dicht machen. Das geht, ne? Ja, lass mal schnell eine Kriegstrategie entwerfen, wie wir Ukraine einnehmen. Das Gute ist, wenn man auf dieses, äh, boah, was steht denn da? Taganrockskraisal. Wenn man da jetzt ein Schiff hinstellt, dann kann man das verhindern. Danke, Spanien. Einfach ganz viele Schiffe aufs Schwarze Meer so querstellen, damit da keiner durchkommt, ja. Man könnte einfach so eine Riesen-Ever-Given dazwischen klemmen, zack, fertig, blockiert. Ja, doch. Ginge. Und weil ich gerade sehe. Ja, äh, war nicht auch der Zelensky der Chef von der Ukraine? Der hat doch bestimmt auch die passenden Gags auf den Lippen. Weiß ich nicht. Wieso braucht der Gags? Naja, das war doch ein ehemaliger Comedian. Ah, okay. Das war eine Frage beim Circle-Quiz, wenn ich das gerade nicht falsch in Erinnerung habe. Also, das Circle-Quiz, das war aber auch seltsam. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sendung sich refinanziert hat. Nee. Aber die ist ja auch jetzt mittlerweile auf Eis gelegt. Kaum zu glauben. Ja, also, äh, da sind ganz, ganz viele Länder, die irgendeine Scheiße hingeschickt haben. Und jetzt gucken wir mal. Also, da passieren Dinge oder auch halt nicht. Ja, vielleicht gibt es dann wieder so ein Foto, wo die dann mit dem Panzer gegenüberstehen und dann passiert ganz lange nichts und dann fahren die wieder weg. So wie damals im Kalten Krieg. Hm. Ja, das Ding ist halt, dass die Villa, um die es ja eigentlich ging, oder halt, äh, eigentlich schon das Schloss, auch am Schwarzen Meer gelegen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Putin unangenehm ist, wenn da so viele Kriegsschiffe drauf rumschippern. Vielleicht macht er deswegen den Rückzieher, weißt du? Okay. Ganz unangenehm, wenn der Hinterhof mit Kriegsschiffen vollgeladen ist. Wollte gerade eh fragen, dieses Fenster von dem Scheißhaus, geht das Richtung Schwarzes Meer? Das wäre natürlich super unangenehm. Das stimmt, ja. Weißt du, nachher kommen dann irgendwelche spanischen Kriegsschiffe und sehen dann, wie Putin auf dem Scheißhaus hockt. Ja. Da werden die Bomben gezündet. Ja, ähm, der Kreml hat gesagt, hier, das existiert nicht. Und jetzt, huch, es existiert ja doch. Naja, aber kann ja auch sein, dass das mit Putin gar nichts zu tun hat. Oder ist er auf den Bildern drauf und zeigt so drauf, so wie... Macht Roomtour. MTV Crips. Hier ist mein Skate-Zimmer. Ich wollte nur eine... Hier folter ich meine Feinde. Ähm, ist das besser als Bibis Haus? Das auf jeden Fall. Also Bibis Haus ist wirklich das unästhetischste Haus, was ich je gesehen habe. Also, ganz besonders wegen den Gängen zwischen den Räumen, weil die halt aussehen wie eine Schwimmhalle. Das, das ginge für mich gar nicht. Aber, also, also, bei Bibi jetzt. Ja. Und Putin ist noch scheißer. Nee, nee. Da würde ich lieber da wohnen. Also, du wirst lieber bei Putin wohnen, als bei Bibis Beauty Palace. Genau. Das ist mein Statement. Das ist, das ist ein Statement. Das Geile an Putins Schloss ist halt, dass der nicht ein, sondern gleich zwei solche Heckenlabyrinthe hat. Du hässlicher. Nochmal bitte, ich konnte dir nicht zuhören. Ich war witzig. Ja, ja. Hat wieder keiner verstanden. Außer die Nostariforts-Urgesteine. Ähm, nee, der hat zwei so Heckenlabyrinthe. Mhm. Ja, Punkt. Ja, würde ich mir auch hinstellen, wenn ich das Geld hätte, also. Ja, keine Ahnung. Wenn das deine Kritik an Putin ist. Da geht man doch aber einmal durch und dann ist das auch irgendwie hinüber, oder? Ja, keine Ahnung. Was ist das für eine Scheiße? Vielleicht landen die auch alle zwei Wochen neu. Ach so. Ah, das ist wie so eine Boulderhalle. Das wird dann immer so umgesteckt. Genau. So kann man sich das vorstellen. Und jedes Mal so Putin reibt sich die Hände. Ui, ui, ui. Was gibt's diesmal für ein Rätsel für mich? Ja. Wo man auch so Zelda-mäßig so Kisten auf irgendwelche Knöpfe stellen muss und Fackeln anzünden muss, damit die nächste Tür aufgeht. Mhm. Ja, schon geil. Gut, das war das. Es gibt eine Breaking News. Okay. Aller guten Dinge sind Einheitsbrei. Wir haben, ähm, Armin Laschet wird nicht mehr Kanzler. Mhm. Und ich frage mich jetzt... Seit wann hast du das rausgefunden? Hm, bitte? Seit wann hast du das rausgefunden? Genau, nämlich heute Morgen. Und jetzt frage ich mich, auf welche Melodie geht Friedrich Merz wird Kanzler? Und da habe ich keine Lösung für. Mhm. Weil das geht ja von den Silben her gar nicht auf Seven Nations Army. Ja, das wäre dann halt so Friedrich Merherz, ne? Das ist immer scheiße. Ja, oder Friedrich Merz wird Kanzler, ging ja alles, aber das ist halt scheiße, wie du sagst. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Breaking News, also die CDU ist jetzt komplett neu aufgestellt, wie bitte? War nur dumm. Friedrich Merz wird Kanzler, da-dam, da-da-da-da-da, oder so weiter. Ah ja, genau, zum Beispiel. Ja. Ging ja alles, ne? Man muss das nur halt gut im Chor singen, aber ist ja noch Zeit bis zur nächsten Wahl. Die werden sich was richtig Gutes überlegen, die CDU, da bin ich mir sicher. Meinst du, ne gute Melodie? Ich sag mal, damit steht und fällt halt alles, wenn die das haben. Aber ich glaube, wenn Friedrich Merz als Kanzlerkandidat antritt, dann hat die Ampel gute Chancen. Aber wie kam denn jetzt das zustande? Ist es nicht noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten, wir brauchen einen Kanzler? Oder, also, ich hab das nicht verfolgt. Nee, ich hab nur gesehen, dass es eine neue Vorsitzendenwahl gab. Hab ich am Rande irgendwie über YouTube mitgekriegt. Das ist völlig uninteressant, aber hey, wenn man behauptet, es ist Breaking, ist es Breaking. Ach so. Aber dass Friedrich Merz da ist, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Ja, aber der wurde jetzt gewählt. Okay. Na gut. Mietlohn ist tot. Wer ist das? Der Kanzler. Das wusste ich auch erst nicht, beziehungsweise natürlich, das war einer dieser Namen. Man wusste immer, okay, ja, kenn ich irgendwie. Ne. Weil der Musik macht, aber ich kenn nichts von dem. So. Aber, und jetzt kommt's, das war für mich nämlich richtig, äh, wow. Mietlohn ist auch in Fight Club drin. Ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast. Ja, das ist doch, doch, doch. Ja, der Dicke, der Bob bei Fight Club. Das ist der Mietlohn? Der dann auch so kämpft später. Genau. Ja, krass. Ja. Fertig. Ja, siehste, der war überall drin. Einfach überall drin. Das war, wow. Wie Tino auf Greinder. Ja. Ähm, ja, krass. Was mich noch mehr umgehauen hat, dass, äh, die WWE einen deutschen Wrestler umbenannt hat. Der hieß erst Walter und wurde dann umbenannt zu Gunter Starkmann. Und dann ist... Was? Das ist so eine richtige Schiss-Tino-News. Na, pass auf, kommt noch. Aber denen ist nicht aufgefallen, dass es auch einen Gunter Starkmann gab, der ein bekannter Nationalsozialist war. Ach, Sapperlot, noch eins. Und jetzt heißt er nur noch Gunter. Schade. Gunter Schwach, das wäre doch mal eine Maßnahme gewesen. Oder Beton. Das hätte mal Mut gezeigt. Was, Bekong? Beton. Gunter Beton. Ja. Warum? Na, es ist egal. Uralter TV-Total-Gag. Übrigens, der, äh, der Puffi war krank. Der hat nicht TV-Total gemacht. Auch eine News. Hab ich hier nicht stehen, aber wollte ich mal gesagt haben. Kam das dann gar nicht? Oder haben die dann irgendwie... Wurde vertreten. Warte, warte, lass mich raten von diesem... Oh, ich komm grad nicht drauf. Der Rollstuhlfahrer von Wettendass. Äh, was? Der kam immer rein in die Sendung, wenn sonst nichts ging, so als besonderer Spezialgast. Das war aber nicht der, der von seinem Vater überfahren wurde, oder? Doch, genau der. Oh. Wie heißt denn der? Das ist eine gute Idee? Ja. Also, da gibt's einen so einen Ausschnitt, da kommt der zusammen mit Til Schweiger rein. Oh Gott, oh Gott. Weil die halt irgendwie einen Film gemacht haben, oder er in Honig im Kopf halt kurz auftaucht. Ich komm grad leider nicht auf seinen Namen, ey. Und dann unterhalten die sich da zehn Minuten, und Til Schweiger steht aber nur daneben und sagt gar nichts. Die saßen nicht mal zusammen auf dem Sofa, die standen quasi noch auf der Bühne, zu dritt rum, und unterhalten sich aber zu zweit. Ich liebe das. Okay, also wenn man sagt, hey, wir haben hier noch Sende-Minuten frei, wen holen wir rein? Aber wir haben doch vor ein paar Jahren diesen Typen da behindert gemacht. Der ging doch mal wieder, oder? Ja, genau das. Okay, klingt sportlich. Aber nein, der war's tatsächlich nicht. Schade, wer war's denn jetzt? Ja, was denkst du denn? Stefan Raab, natürlich. Leider nein. Elton. Ja, das war halt. Langweilig. Aber weißt du, Elton ist halt so dieses, Elton ist, das sind die Erdnuss-Flips der deutschen TV-Landschaft. Ja, ich finde, der hat sich schon hochgearbeitet zu diesen komischen Kängurus. Zu Pommenbären. Ja, Pommenbären sind schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und? Ja, Elton, also ich finde den ja auch grundsympathisch. Und ja, wir haben den persönlich getroffen und deswegen ist der irgendwie eine Spur netter. Aber an sich findest du, der hat so irgendwie eine besondere Persönlichkeit oder Entertainment-Faktor. Na, ich finde, was Elton ausmacht, ist so diese fast schon selbstverachtende Bescheidenheit. Selbstverachtend. So der, ach, ich kann das ja eigentlich nicht und ich bin dick und ups, jetzt hab ich das falsch gemacht. So ein bisschen ist der halt drauf. Und der hat auch seinen Puls die ganze Zeit angezeigt, weil er so nervös war, dass er das jetzt moderiert hat. Aber, die haben jetzt, kommt's, die haben da noch Blamieren oder Kassieren gespielt. Und das macht ja sonst Elton als Moderator. Jetzt war Elton aber Kandidat. Wer hat das moderiert? Da, da hab ich leider ein Bild gesehen. Da gab's ein Bild. Das war, das war nämlich der gute Kai Pflaume, ne? Ja. Also wirklich eine wahnsinnige Folge. Die Woche ist auf jeden Fall eine, drei Strilliarden. Ja, okay. An dieser Stelle möchte ich einfach hervorheben, dass die wundervolle, tolle Marlinen Kai Pflaume in echt treffen durfte. Wir durften den alle schon in echt treffen. Du bist nur nicht hingegangen. Weil der halt scheiß Kai Pflaume ist, Alter. Damals war der noch nicht Ehrenpflaume. Das stimmt, ja. Ja, also jetzt nach dem Mad-Eye-Meme und so, da hätte ich wahrscheinlich mir auch ein Foto mit Kai Pflaume abgeholt. Aber, ne. Also an Kai Pflaume sehe ich nach wie vor nicht so viel. Du bist einfach. Aber der macht, der macht Sport. Das, das hat er dem Rollstuhlfahrer von Wettendass voraus. Na gut. Das ist ein guter Mann, Alter. Ich muss jetzt, ich muss jetzt rausfinden, wie der heißt, weil der hat auch einen echt erlesenen Humor. Den versteht immer keiner. Alter, du musst dir dieses fucking Til Schweiger Video angucken. Ohne Spaß. Das ist so gut. Der macht dann, der macht die ganze Zeit so Gags, ja, irgendwie, hm. Ja, ich war ja schon mal hier in der Sendung, hab dann irgendwie einen steifen Hals bekommen. Okay. Und deswegen ging das dann nicht weiter. Und macht so, macht so Gags die ganze Zeit. Und das Publikum, dem ist das aber alles zu awkward und keiner lacht, Alter. Das ist so geil. Okay, das klingt ja echt richtig gut. Ja, er ist der witzigste im Raum, aber keiner traut sich zu lachen, weil, oh, der Arme, der sitzt jetzt im Rollstuhl. Ist ja so schwer grad alles. Ja, wie heißt er denn? Während du Rollstuhl wieder heißt, kann ich ja mal kurz eine News vorlesen, denn, ähm. Samuel Koch, Mann. Ja, ist okay. Natürlich. Ja, lies mal vor. Apropos Geld bezahlen in Social Media. Überleitung. In Social Media muss man bald Geld bezahlen. Zum Beispiel auf Instagram, wenn man gewisse Storys sehen möchte, dann kann der Influencer sagen hier, nee, das ist nur für meine Geld bezahlte Gefolgschaft. Und da hat man vor der Instagram-Story quasi eine Paywall. Ja, ich sehe ein neues Geschäftsmodell für mich. Kannst du zum Beispiel machen. Aber würdest du wahrscheinlich eh nicht machen, weil du immer so auf Geld nehmen bist, findest du ja immer nicht so. Geld will ich immer nicht haben. Sozusagen. Nee, aber ich finde auch das Konzept von Exklusiv-Content ein bisschen schwierig. Jein. Zeitliche Exklusivität vielleicht. So zwei Wochen vorher irgendwas sehen, das finde ich halt okay, weil dann nimmst du halt den anderen, die es nicht bezahlen können, nicht weg. Aber was hat man denn bitte in Instagram-Stories, das irgendwie von Belang ist? Also nicht mal für mich selbst würde ich das irgendwie mir erdreistend zu sagen. Ja. Und wenn dann irgend so eine Influencerin sagt, oh ja, hallo, ich habe hier neue Beauty-Produkte von das und das. Das ist doch das nicht wert, das wird ja für Geld bezahlt, ey. Ganz ehrlich, ich habe vor dreiviertel Jahren so Instagram runtergeschmisst und habe es bis heute nicht vermisst. Es ist eher, es steigert den Lifestyle, wenn man sich von Instagram trennt, also ich verstehe ziemlich genau deinen Punkt. Ja, das ist ja eine Diskussion, die hatten wir jetzt schon öfter so. Ich habe ja dann schon mehrfach, also hier nicht im Podcast, aber mehrfach gesagt, dass für mich Instagram eine der besten Plattformen ist, weil ich da wirklich nur Dinge sehe, die ich mag, nämlich wirklich 100 Prozent nur Skateboarding. Und das Einzige, was ich da mal sehe, ist zum Beispiel in der Story von Tino, wenn der mal wieder irgendwie hier so ein, was habe ich dir geschickt hier? Xeox-Worxum? Xerxes? Wisst ihr, was ich meine? Ach so, Cosinus ist die weibliche Form und Sinus ist die männliche Form. Genau. Wenn sich jemand Cos nennt, dann ist das eindeutig halt entsprechend, was ich gerade gesagt habe. Das ist das Einzige mal, dass ich mit so Sachen halt irgendwie konfrontiert werde, die ich irgendwie vielleicht nicht ganz super finde. Ach, ist mir im Wesentlichen eine Rille, aber was hat das denn, warum hat dieses Thema so ein Mitteilungsbedürfnis? Ja, die Menschen wollen gesehen werden, bababab, wir verlieren uns in Diskussionen. Ich verstehe genau deinen Punkt. Ja, da geh da nicht darauf ein, weil da bin ich gerade dran, eins, zwei gute Gags für Ich-Hasse-mein-Leben-LP zu schreiben. Okay. Nee, aber um ganz kurz darauf einzugehen, ich habe das Tino ja auch schon geschrieben, es ging hier um verschiedene Neopronomen, Xer, Xim, Co, A und AIM. Und von mir aus können alle machen so, aber als tatsächliche Lösung sehe ich eigentlich nur logisch, dass es ein Neutrales gibt. Ja, wie auch, man hat ja auch den Artikel The im Englischen zum Beispiel, ja, das wäre eine Variante und dann das Gleiche halt für Pronomen. Und du merkst, wie man sich auf solche sinnlose Diskussionen einfach hinziehen lässt, ne? Und das passiert halt nicht, wenn man sich nur Skate-Content anguckt. Ja. Ja, das wollte ich nur sagen, ich habe meinen Algorithmus da gut trainiert und da habe ich keine, da haben wir keine Probleme. Meine Jungs wissen Bescheid, ich habe so viele gehabt. Okay. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Es ging um Paywall auf Instagram. Ja, genau. Ja, das ist halt, das ist halt in sich schon Schmutz irgendwie, weil ja die Story mit seinem, es ist nur 24 Stunden verfügbar, schon so ein bisschen suggeriert, dass es nicht so hochwertig ist. Und dafür dann Geld bezahlen. Du meinst, man sollte Instagrams doch nicht direkt als NFTs verkaufen? Das magst du? Ja, bitte. Na, NFT an sich habe ich jetzt nicht das allergrößte Problem mit, sollen Leute halt ihr Geld dahin ausgeben, wenn sie es unbedingt wollen. Ähm, aber NFT im Videogaming, das ist ein ganz großes Problem für mich. Wie, äh, überleitest du da gerade zu einem neuen Thema? Ja, was ist noch ein Problem? Ähm. Genau, richtig. Ausländer. Du denkst an das Richtige, wenn ein Querdenker mit einem Baby eine Polizeimauer durchbrechen möchte. Moment, was? Aber mit dem Baby so als, guck mal, ich habe ein Baby oder mit dem Baby als Werkzeug? Leider habe ich keine Quelle gefunden. Ich habe hier nur diesen Satz, schon wieder ein Querdenker, der mit einem Baby eine Polizeimauer durchbrechen wollte. Klingt absurd, lässt sich nicht bestätigen, war hundertprozentig genauso. Und ich denke, das hat erst wie ein Rambock gehalten. Ja, ich denke auch. So an den Beinen, den Kopf nach vorne. Und dann so, tschuk, 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 wie so ein Lenkrad in der Hand. Ach so, ja, das geht auch. Und dann straight vorwärts. Ich dachte eher, er hat hinten so den... Oh nein! Bitte? Oh nein, diese Polizisten so. Würdest du jetzt Herr der Ringe kennen, könnte ich sagen, ja, wie in Herr der Ringe und die zwei Türme als Helmsklamm gesprengt wird. Genau so. Genau so. Legolas kommt. Genau so. Ich habe es mir so vorgestellt. Das Kind, die linke Hand am Kragen, die rechte Hand hinten am Gürtel, am Rücken gehalten. Und dann wie so ein Rambock gegen den Schild, gegen diese Plastikschilder der Polizeilinie gedroschen. Kopf des Kindes platzt. Irgendeine Frau schreit, lassen Sie die Gewalt! Die Polizei macht Gewalt! Gut, kurze Zwischenfrage. Wie viele Kinder kennst du, die Gürtel tragen? Ja, weißt du, was ich meine? Weiß ich nicht. Ich achte bei Kindern nicht darauf, die Gürtel tragen, muss ich leider ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich selbst einen hatte. Ich glaube, ich hatte immer Hosenträger damals. Ja, die sind der Shit gewesen. Warum hat man damit aufgehört? Hosenträger sind der Hammer. Ja. Du kannst halt statt einem Gürtel zwei Gürtel haben und die über die Schulter schnallen. Das ist so übelst geil. Ja, quasi. Die tragen dann quasi die Hose. So, ich hoffe, wir haben diese News zu Tinos Zufriedenheit besprochen. Das ist gut, weil ich habe jetzt alles abgearbeitet. Echt? Ja, das war jetzt das Tino-Segment? Und für dich hat es für dich separat noch was rausgesucht? Das habe ich zwischendurch eingestreut. Ach so, nur das ging ja hier schnell vonstatten. Da muss ich ja jetzt gucken, wie ich den Rest hier fülle. Das können quasi deine News kommen. Ja. Du hast NFT angesprochen. Ja, habe ich. Da würde ich jetzt einfach mal ganz kurz nochmal drauf eingehen. Wie ist es auf ein? Elegante Überleitung. Es gab nämlich ein krasses Tournament bei Crab Game. Weißt du, was Crab Game ist? Naja, weiß ich nicht. Nun, dann sag das jetzt einfach mal ohne zu wissen, was es ist. Crab mit B oder mit P? Mit B. Also wie die Krabbe. Ja. Crab Game. Okay, also mein erster Gedanke geht Richtung Hahnenkampf, aber mit Krabben? Mhm. Aber natürlich könnte es einfach eine Fortsetzung vom Squid Game sein, weil es sind ja Meereslebewesen. Das ist mein ... Darauf nagele ich mich fest. Sehr stark bist du heute. Wow. Wow. On fire. Also Crab Game ist ein, ich würde sogar fast sagen, so im Roblox-Stil gehaltenes, so grafikstilmäßig richtig ranziges Spiel, was natürlich aus dem Hype um Squid Game entstanden ist und ein ähnliches Konzept verfolgt. Man muss von Anfang bis Ende irgendwie überleben. Und da wurde jetzt ein Turnier veranstaltet, bei dem man eine Million Dollar gewinnen konnte, aber nicht so ganz, denn, so wie ich es verstanden habe, war das eine Million Dollar in NFT wert, der ja jetzt nicht so ganz garantiert ist, ja. Wenn dir das keiner dann abkauft für eine Million, sondern nur 10 Euro dafür gibt, dann, ne? Ja gut, aber es kann auch steigen. Es kann theoretisch auch steigen. Auf jeden Fall gab es ein Turnier, ich glaube irgendwie 160 Leute haben da mitgemacht oder ich glaube heute ist auch nochmal, es war irgendwie Vorrunde mit 160 Leuten oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und mit High Stakes, das wurde von verschiedenen YouTubern und Influencern gemacht. Und die sind dann alle halt so in dieser Bubble rund um NFT und Krypto und bla. Und ich bin da echt, ja, also, mir ist es auch neulich irgendwie so ein bisschen klar geworden, du kannst mich da gerne auch korrigieren, wenn ich das komplett falsch sehe, aber allein irgendwie, wenn dir ein Freund empfiehlt, hey, kauf doch mal Bitcoin oder so, das hat ja das übelste Geschmäckle, weil je mehr Leuten du das erzählst, desto höher geht der Preis so, weißt du? Naja, also, ich meine, dass dadurch, weißt du, was auf dem Papier wie eine nette Empfehlung oder so wirkt, ist ja schon irgendwie dann, hat dann so ein Geschmäckle, weißt du? Na klar, absolut. Hey, 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 kauf das mal, damit mein Wert steigt, so. Das ist ja irgendwie, ja. Wird wahrscheinlich nicht jeder aus diesen Beweggründen sagen, aber im Endeffekt ist es so, natürlich. Wenn ich, also, Aktien, selbe Sache, ne, alle Spekulationswerte. Ja, also, ich hab's halt einfach so noch nie wahrgenommen, weil ich hab mich da auch möglichst wenig mit beschäftigt, aber... Weshalb einfach gar nicht drauf hören, weil wenn jemand eine Aktie hat und sagt, kauf die, dann kannst du ja nur dieses Geschmäckle haben. Wenn er sie nicht hat, kannst du auch denken, ja, der hat ja offenbar gar keine Ahnung oder sieht das ja völlig anders. Also, es sind so Ratschläge auf diesem... Also, man sollte sich da sehr, sehr viele Meinungen einholen, bevor man irgendeine Entscheidung trifft. Na, dann bin ich ja beruhigt, dass das einzige Mal, dass ich dir irgendwas von einer Aktie erzählt habe, ich nach wie vor weit davon entfernt war, die selbst zu kaufen. Jetzt bei Games Stop. Genau. Aber, also, es war schon, war schon, war ein Event. Moment, weil das war, hat ja auf Reddit angefangen und ich hab so die Anfangs-Threads gelesen und irgendwie zwei Tage später oder so, war's ja dann richtig hart am Skyrocketen. Sind immer noch oben. Hat offenbar so zum großen Teil seinen Zweck erfüllt, die Aktion. Hätte ich tatsächlich nicht vermutet. Ich hätte gedacht, ich stürze es komplett wieder runter. Ja. Ist aber nur ein bisschen schwierig. Hatte ich dir im Privatgespräch schon mal gesagt, dass halt GameStop den Hype auch clever genutzt hat und so ein bisschen auf Online umgesattelt ist. Mir ist noch eine Meldung aufgefallen, in Los Angeles plündern sie jetzt, äh, plündern sie jetzt Pakete aus so Zügen. Jetzt erst, ja? Ja, das hab ich irgendwo gesehen. Okay. Das wollte ich nur noch mal vermeldet haben. Machen die das? Warum machen die das? Wer macht das? Ja, das sind so Leute und die sagen sich so, ey, das sind Sachen, die kann man verkaufen oder einen Fernseher oder so. Das gab's doch 1992 nochmal. Äh, auch schon mal, so rum. Ich will wechseln. Gab's schon, okay, dann ist es egal. Nee, die, ähm, du hast doch San Andreas durchgespielt, oder? Ja. Am Ende ist ja so, so ein Aufstand in der Stadt. Okay. Weißt du es nicht mehr? Ganz am Ende so die letzten drei Missionen, da, da brennt dann die Stadt und so. Das war auch eine Zeit, da hab ich noch bei Mutti gewohnt, als ich das, als ich das durchgespielt hab. Das ist schon reichlich her. Naja, gut, also das ist halt wirklich so gewesen. Die LA Riots wegen einem Fehlurteil aufgrund von, ich glaub auch Polizeigewalt gegen den Schwarzen oder so. Ja. Und da, da hat die Stadt dann wirklich gebrannt, 92. Oh ja. Und Plündereien und so. Na gut. Da hat da David Guetta auch ein, auch ein Lied drüber gemacht. Shoutout to your family. Das ist schon einfach in sich sehr schlüssig, dieses Video. Das ist verdammt nochmal lustig. Ja. Ich würd noch ganz kurz bei NFT bleiben, denn das war so der Aufreger der Woche. Ich weiß nicht, das war, glaub ich, in der Oase. Hast du mitbekommen mit Montana Black? Der hat irgendwas mit Hakenkreuzen, hab ich nur ganz am Rande gesehen. Ja, wie sich das für jeden großen Influencer gehört, der kauft sich da jetzt natürlich auch ein, weil er davon profitiert, wenn eine große Fanbase dann da aufspringt, ne. Genau selbes Konzept. Dadurch steigert sein eigener Wert sich und, ähm, schwierig. Und der hat jetzt für relativ offensichtlichen Scam Werbung gemacht. Das ist der eine Skandal. Und dabei ist halt auf diesem Werbebanner, wo so verschiedene Bilder sind, NFT ist irgendwelche komischen, ich glaub, Bären oder so, die man kaufen kann. Gemälde von Bären. Also Comic-esk. Ja. Da war halt auch eine, ein Bär, vielleicht war es kein Bär-Fuck-Off, weiß ich nicht gerade. Aber einer davon hatte eine Hakenkreuzbinde. Mhm, recht gut. War nach links, war nach links gehakt. Das ist nochmal was anderes. Ja, das ist so eine Friedenssonne. Ja, nee, also es war schon eine Hakenkreuzbinde von daher. Ja, und da, da sprach man jetzt von absichtlicher Provokation. Ja, aber scheint jetzt zu funktionieren. Jetzt hat er wieder Spotlight, ne. Ja, und er sprach ja von, na, das gehört halt zum Leben dazu, das ist halt ganz normal so. Und es ist halt ein Unterschied, ob du damit einen Werbepost machst oder ob, mein Beispiel war, ob in Wolfenstein die Hakenkreuze zensiert werden müssen, weil wir armen Deutschen damit nicht umgehen können, so ein Ding zu sehen. Das sind halt zwei sehr verschiedene Sachen, wie ich finde. Ja, also klar dreht er sich zu seinem Vorteil. Na, jetzt wird sich wahrscheinlich wieder eine Menge Leute da ganz, ganz fürchterlich drüber aufregen und in zwei Monaten macht er den nächsten Scheiß. Also, weiß ich nicht, bin ich nicht investiert. Ich hab mit dem einfach nicht so viel zu tun. Man kann ihn wahrscheinlich strafrechtlich da auch nicht an die Wäsche besonders. Man könnte jetzt natürlich mich fragen, ob er da vielleicht mal 30 Videos drüber macht, ginge. Würde wahrscheinlich auch klappen, aber bis dahin wird er halt sein Geld mit schmutzigem Scheiß verdienen, ne. Das ist einfach kein, also, der hat ja auch nicht diese Einstellung von, ich verdiene mein Geld auf, in Anführungsstrichen, ehrliche Art und Weise, ne. Also, mit einer Sache kann man ihm wahrscheinlich an die Eier, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Kanzlei WBS hast du ja das eine oder andere Mal bestimmt auch geschaut. Ja. Und er macht halt bei diesem Giveaway, es sind übrigens Affen nicht, Bären, macht er die Bedingung, dass man ihm und dem Kongdo-Club folgen muss, von dem dieser vielleicht Scam halt ausgeht und das retweeten muss. Und da ist es nicht eindeutig transparent. Genau. Wenn man das nicht hinterher nachverfolgen kann, ob das überhaupt eingehalten wurde, die Bedingung, dann ist es, soweit ich weiß, nicht rechtens. Und dann könnte man ihm auch an den Sack. Und dann wird er im Bruchteil seiner Einnahmen als Strafe zahlen, sich trotzdem dahinter reiben im Endeffekt. Ja, genau. Justiz-Deutschland, wir kennen sie alle, Spiegel-TV-Dokus über Clans etc., ne, so. Ja, wo wir gerade von einkommenden Menschen reden, ja. Zum einen hast du da ja was, was dir so richtig unter der Eichel gebrannt hat, was du hier reinfropfen könntest. Zum anderen hat ein Milliardär, Mark Cuban, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Nee. Okay, der ist eigentlich, soweit ich weiß, auch schon öfter mal positiv aufgefallen. Der hat eine Online-Apotheke jetzt ins Leben gerufen mit Affordable Generic Drugs, heißt das. Also das ist jetzt noch eine relativ kleine Auswahl. Und wahrscheinlich auch für den deutschen Raum nicht so relevant wie für in Amerika, wo du für Insulin auch gerne mal 15.000 bezahlst. Aber ist ja immerhin mal was, ne. Okay, was sind das für Generic Drugs? Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Also ich hab nur gelesen, dass zum Beispiel irgendwie nichts da, was die Augen betrifft, da ist. Keine Ahnung. Also Sachen, die mir so mildly gesundheitsschädlich sind im Falle der falschen Anwendung. Na, das soll halt noch nach und nach aufgefüllt werden. Okay. Und der subventioniert das oder wie, inwiefern ist er da positiv aufgefallen? Na, wahrscheinlich, ja. Der hat das ins Leben gerufen und vermutlich bezahlt er das. Ich hab hier, also, das sagt mir halt alles nichts. Kann ich jetzt sagen, guck mal, da gibt's Mesalamine und Lisonopril und Fluoxudin und Albendazole. Das ganze Leonolzin. Ja. Nice. No Middlemen, no Price Games, huge Drug Savings. Also, kost plus drugs.com. Das macht sich natürlich bei den Middlemen unbeliebt, ne? Das ist richtig, aber ich glaube, das kann er sich leisten. Das ist ja auch so dieses ... Das ist ... Ich check das nicht. Ich hab mich so viel damit beschäftigt und check das immer noch nicht. Und vor allem check ich nicht, wie die Leute das einfach hinnehmen. Also, dass du, wenn du eine Versicherung, eine Krankenversicherung abschließt in Amerika, musst du vorher angeben, für was du genau deine Benefits kriegen willst. Also, dann machst du da einen Haken bei Herzproblemen, darfst dann dafür aber zum Beispiel bei, wenn du dir in den Arm brichst, das nicht machen. So, du musst dir halt vorher deine Premiums aussuchen. Das ist so absurd. Und dann greift das halt nur für die Sachen, die du vorher festgelegt hast, für die du dich eventuell verschuldest, weißt du? Du musst vorher wissen, was du für eine Krankheit oder Verletzung kriegst. Ich denke, die finden das halt nicht absurd, weil das bei denen Gang und Gäbe ist. Und die gucken halt auf die andere Seite des Planeten nach Europa. Und da ist das halt anders. Und das ist dann halt aber auch ganz woanders, wo das halt anders ist, ne? Ich glaube, die werden ... Es ist ja ein Unterschied, ob wir das so sehen oder ob die, die das schon Generationen so machen, so sehen, ne? Aber klar, aus Sicht eines Mitteleuropäers ist das äußerst rückschrittlich. Und dann darfst du auch nur zu bestimmten Ärzten gehen, die in Networks sind. Also, du gehst zu einer Versicherung und die haben dann quasi ... Die sind dann auch dieser Middleman. Die haben dann ein Netzwerk aus Ärzten, zu denen du gehen darfst. Und du darfst nicht zu irgendeinem gehen. Das ist ... Das ist alles so absurd. Boah, gar kein Bock. Wie ist denn das, wenn du nach USA fährst, jetzt als Deutscher meinetwegen? Dann musst du aufs Boot drauf. Ne? Und dann brichst du dir dort einen Arm und wirst dann behandelt. Wird das dann teuer oder wie ist das? Also, ich hoffe, dass da, wenn du eine Auslandsversicherung hast, dass die dann greift. Auch bei allen. Das dürfte ja eigentlich ... Ja, ich hoffe doch. Das heißt, man hat dann so einen übelsten Premium-Scheiß. Das ist ja dann die Frage eher der deutschen Auslandsversicherung, oder? Und nicht ... Also, wenn ich mit meiner Auslandsversicherung ... Ich hab ja eine auch für ... Ich glaub, seit dem Japan-Ding oder auch in Rom und so hatte ich das auch immer mit diesen komischen Wisch hier. Meine Vermutung ist, es wäre billiger für einen Bewohner der USA, sich in Deutschland einzubürgern, sich eine Auslandsversicherung zu nehmen und dann wieder zurückzureisen. Vermutlich, ja. Ich glaub, da mach ich was. Da zieh ich was auf. Das ist gut. Geschäftsmodell, ja. Den Leuten so Ausweise schicken. Ja, irgendwie sowas. Ich mein, da freut sich auch Deutschland, weil das kriegt ja dieses ganze Krankenkassengeld. Und die USA-Leute freuen sich. Wer sich nicht freut, sind natürlich die dort ansässigen Leute, die von diesem verkrüppelten System profitieren. Die muss es ja geben, sonst wäre das System nicht da. Ja. Aber ich bin ja dann hier und reib mir die Finger. Ja, so machen wir das. Wird jetzt ein bisschen privater. Ich doxe auch keinen Namen, aber ich habe jetzt von einem neuen Geschäftsmodell gehört. Es hat jemand aufgehört, in einem relativ hochrangigen, ich sage jetzt mal, Etablissement zu arbeiten, weil durch Corona und so und Vollzeit und Familie, ja, der wollte ja erstmal was anderes und macht jetzt Homeoffice für irgendeine Firma, die ihn dafür engagiert, Hotels anzufragen, ihm kostenlos Übernachtungen zu schenken und diese verkauft er dann quasi, beziehungsweise sein übergelegenes, was auch immer. Klingt das für dich fischig? Oder also das klingt irgendwie... Kenn ich die Person? Ja, aber halt nicht so ganz vertraut. Okay, das klingt schon arg fischig, ja. Das ist irgendwie komisch, oder? Das ist äußerst, äh, also wie du es erklärst schon, vielleicht ist da irgendwie ein hinter... Ja, wie gesagt, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden, aber so im Endeffekt hat das... Vielleicht hat es mir auch sehr einfach erklärt. Na, ist das das Einzige, was die Firma macht? Oder ist das eher so, dass die ihre Kunden so exklusive Deals anbieten, so Sachen, dass die halt eine kostenlose Übernachtung kriegen, oder... Also, kann schon sein, dass die das irgendwie im Austausch... Ist die Dienstleistung dieser Firma, das kostet nur so Hotelzimmer, frage ich mich. Ja, vielleicht im Austausch gegen Probo oder so, weißt du? Keine Ahnung. Ne, weil wenn jetzt, wenn ich jetzt bei einer Firma irgendwie zehn Jahre Kunde bin und die sagen dann, hier als Ausgleich kriegst du diese kostenlose Übernachtung bei einem Hotel, dann ist das was anderes. Glaub ich, aber uiuiui. Ja, aber so ein Geschäftsmodell, das einfach mit Amerika, weißt du? Obendrauf? Ich hätte gar keinen Bock, sowas zu machen. Wieso macht man sowas freiwillig? Hotels anrufen, ob die eine kostenlose Übernachtung kriegen? Ja, naja, der wollte halt, wie gesagt, jetzt erstmal Homeoffice machen. Junge Familie, weißt du, er war die letzten Monate fast nicht zu Hause so und hat da ein lukratives Angebot bekommen und macht jetzt erstmal zu Hause. Ja, würde mich mal interessieren, ob das fischig ist oder ob das irgendwie seriös ist. Ja. Interessant. Das war das. Ja, äh, ich hab eigentlich versucht überzuleiten zu deiner Mainz-Geschichte, aber wenn du nicht willst, 3, 2, 1, Mainz, jetzt vorbei. Toll. Ich wusste gar nicht genau, was du meinst. Ah. Hallo? Ja, und, äh, möchtest du das jetzt sagen oder? Ja, was meinst du denn? Na, dein Biontech-Zeug? Was hab ich denn da nochmal erzählt? Bist du besoffen? Irgendwas. Ach, hier, Länderfinanzausgleich, ne? Ja. Genau, dass das Rheinland-Pfalz jetzt zu den Geberländern gehört, weil diese Firma einfach aus irgendwelchen Gründen ziemlich stark ist. Das fand ich eine inspirierende Geschichte, weil die haben ja auch quasi jahrelang bei Null angefangen und waren nur irgendwelche Forscher. Und dann hat's halt geknallt und da hatten die halt so richtigen Zeit, die richtigen Ressourcen, sag ich mal. Und jetzt sind das einfach, ja, man könnte sagen sehr wohlhabende Menschen, aber das ist nicht ganz korrekt, weil die leben ihren Lebensstandard weiter. Ich mein übrigens die, äh, die, 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 äh, Twitch-Dimage und Uhu-Go-Zahin, äh, Pärchen, ne? Äh, ich, ich streame auch auf Twitch-Dimage. Ja, ich fühl mich immer schlecht, weil ich mir die Namen nicht genau merken kann, aber die sind beide, ähm, östlicher Natur. Und auf jeden Fall die Biontech-Erfinder, ne? Äh, ziemlich, ziemlich, monetär ziemlich reich, sag ich mal. Und dadurch, dass die halt so massiv viele Steuern zahlen, ist die Region, es wird immer wohlhabender. Was mir ja die ganze Zeit auf den Lippen liegt, ist die Frage, du als ITler fängst du jeden Tag bei Null an? Hä? Du hast nur gesagt, dass, äh, ist egal. Erklär. Na, wegen Null und Eins. Also, ne, ich fang nicht immer bei Null an. Ach so, okay, schön. Ja, das ist doch schön, das ist doch, äh, ne Sache. Und dann hast du gesagt, all diese reichen Dreckschweine sollen mal schön sterben. Ja. So nämlich. Die Wichser. Also, entweder du hast jetzt noch Meldung oder wir diskutieren da noch kurz drüber, weil wir jetzt ja noch 14 Minuten, 12, 11 Minuten. Ich hab schon noch Meldung oder liegt dir das richtig hart auf den Lippen da irgendwas zu sagen. Also, für Länderfinanzausgleich, äh, Rheinland, äh, Dings, nee, was hab ich gesagt? Doch, Rheinland-Pfalz, glaub ich, wo Mainz liegt, glaub ich. Ja, Rheinland-Pfalz, Gott, Erhalt, sag ich immer. Sagt auch Leipzig immer. Die haben jetzt so viel Geld, dass sie nicht mehr zu den Nehmerländern gehören, sondern zu den Geberländern aufgrund einer einzigen Firma. Und wenn euch das nicht inspiriert, Leute, auch mal eine Firma zu gründen, dann seid ihr wahrscheinlich entweder Angestellte oder Links. Ist das so? Meldung. Gut, Microsoft kauft Activision Blizzard. Ja, hab ich mitbekommen. Also, ich weiß nicht, warum man sowas kauft, aber sei's drum. Gut, 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 also, ist mir schon fast Rille. Also, was machen die denn gerade Activision Blizzard? Also, in der Gaming-Welt war das ein richtiger, also, das war ein Tsunami-Sondergleichen. Ja, okay. Weil diese ganzen IPs halt jetzt potenziell exklusiv auf Xbox sind, ne? Ja, aber welche IPs sind denn das noch? Na, Call of Duty und so'n Scheiß. Um Himmels Willen, dann kann ich ja gar nicht mehr Call of Duty auf meiner Playstation spielen. Ja, das muss ich halt auch für mich sagen. Da war jetzt nichts dabei. Deswegen hab ich ja auch nicht alles gemerkt. Aber da war nichts dabei, was für mich relevant ist. Aber Call of Duty bleibt übrigens so, wie's ist. Das wird nicht exklusiv. Hat jetzt Phil Spencer auch schon gesagt. Ja. Ja, der Babo da. Ja. Dann, äh, was für mich ein bisschen beeindruckender war. Das komplexeste Origami aller Zeiten. 2,5 Jahre Planungsphase. 108 Stunden Faltvorgang. Und, äh, warte, ich glaube, warte hier, 5377 individuelle Knicklinien. Okay. Insane. Also da ist Sean schon verreckt, bevor das erste Origami fertig ist. Ja. Das ist, also es sind zwei kämpfende Ritter. Und das ist so besonderes Papier, weil normalerweise, das ist ja irgendwie, du kannst ja Papier nicht so oft falten, ne? Irgendwie nur 10 Mal oder sowas, bevor es dann explodiert. Und das ist so besonders dünnes Papier. Und alleine innerhalb der einen Faust von so einem Ritter sind 60 Lagen Papier. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du das mittlerweile vorliegen hast. Ich guck's mir grad an, können die die Schwerter auch so schwingen oder ist das statisch? Das ist statisch. Aber man kann halt dieses, da ist kein Riss drin, da ist nichts. Man kann das theoretisch wieder auffalten und dann ist es ein fast ein Meter großes Papier. Okay. Ähm. Es sieht halt eigentlich aus wie aus Taschentuch oder sowas. Ich empfehle den Machern das nächste Mal auf einen 3D-Drucker zurückzugreifen. Da spart man sich reichlich viel Zeit. Und ich mein, so Origamik sieht das ja jetzt auch nicht aus. Also, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Weltrekord oder so. Das ist schon ziemlich insane. Hat hoffentlich auch Spaß gemacht. Aber ich sag nicht, das ist die pragmatischste Lösung auf das Problem, ich brauch eine Figur von zwei Rittern. Ja. Das ist wohl wahr. Aber das ist nur hingestellt. Das ist wieder so ein Link, den schick ich dann mal nicht in die Beschreibung rein. Wie du möchtest. Ich kann dich auch dran erinnern, wie du magst. Einmal. Ja, beim letzten Mal hat es das erste Mal geklappt. Weil ich dich erinnert habe. Ja. Kann man gern weiter so machen. Ich wollte sagen, ich habe die Stirn gerunzelt, als du das erzählt hast mit den kompliziersten Origami der Welt, weil das hat man jetzt nicht gesehen. So, das war's schon. Kostet das was? Oder ist das nicht zu verkaufen? Noch nicht. Vielleicht, also weiß ich nicht, ob der das irgendwie, ob der da in Serie geht. Aber wenn man 110 Stunden braucht für eins, dann muss das wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein. Ja. 110 Stunden sind ja auch nur so, was sind das, nicht mal drei Arbeitswochen. Ja, dann ganz entspannt. Na ihm. Gut. Dann habe ich noch, ach fuck, Amerika ist schon durch, aber ich habe so die typischste Amerika-Story aller Zeiten. Schlechteste Überleitung ever. Ja, ich weiß. Ähm, ein britischer Doktor ist nach Amerika gegangen, also die Vereinigten Staaten von Amerika und lag im Bett und ist dabei von einem Querschläger erschossen worden. Just America-Dings, hätte ich gesagt. Ja. Und dann habe ich da so innerhalb des Kommentarbereichs auch rausgefunden, dass das gar nicht so unüblich ist, dass da echt relativ regelmäßig auch Kinder und sowas einfach im Schlaf durch Querschläger erschossen werden. Das heißt, der lag da an seiner Hausaußenwand, draußen war Schießerei und der kam irgendwie durch die Wand oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja, also der lag im Haus im Bett. Und wo kam diese, also es war offenbar eine Schusskugel. Ja. Und die kam von draußen? Ja. Draußen war eine Schießerei. Naja, ein einzelner Schuss, soweit ich weiß, aber... Also von der Polizei oder von irgendwelchen Gangstads oder wie kann man sich das vorstellen? Du kannst doch jetzt hier nicht mein Viertelwissen so ausgraben. Ich spiele gerade auch so ein bisschen Blackstories. Ja. Ich merke schon. Weil man fragt sich natürlich, wie kommt sowas zustande? Man ist das jetzt natürlich von hier nicht gewohnt. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, kann mich auch ein Querschläger treffen nachts. Nacht nachts. Theoretisch ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja halt sehr, sehr viel geringer, ne? Ja. Na, wobei, ich bin, ja, ne, ich bin schon auf dem heißen Eisen. Übrigens, ich habe jetzt neuerdings auch ein Loch in der Wand. Kann ich auch kurz erzählen, weil es gerade sich dem Ende neigt. Kam ich aus im Urlaub, hat natürlich entsprechend nicht geheizt. Wand klitschnass. Ich hatte da immer einen Tisch vor stehen und unter dem Tisch war eine Kiste. Und dadurch habe ich nicht unten die Wand gesehen. Weggezogen, Schwarzschimmel, beste. Ekelhaft, Alter. Hatte ich neulich erst, ne? Also nicht ich, sondern beim Umzug. Ja. Also richtig widerlich. Ja. Es ist auch nicht gesund. Also atme da mal nicht hin in die Ecke. War aber nur die Tapete. Jetzt kam der Mensch, der das reparieren wollte. Ich sage bewusst, ich hebe bewusst die Hand und mache Anführungsstriche reparieren. Er hat die Tapete abgemacht und hat mit seinem Spachtel halt ein komplettes Loch in die Wand gekloppt. Weil da die halt feucht war. Und jetzt ist das seit drei, vier Tagen so. Und es war ganz amüsant. Muss ich sagen. Weil wenn man in dem Mindset ist, der kommt jetzt, um es zu reparieren. Und alles, was er tut, ist da ein Loch reinzukloppen. Natürlich durchaus witzig. Aber hoffenbar muss das erstmal in der Fassade repariert werden. Ja, und das ist... So ein D-Böller. D-Böller an die Wand installiert. Zack, fertig. Aber hast du da jetzt wenigstens einen Durchbruch und kannst dem Nachbarn winken? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, das ist quasi so ein Schlitz, der... Ich weiß gar nicht, ob der auch wirklich mit außen verbunden ist. Also ob man da jetzt, weiß ich nicht, irgendwie einen ganz dünnen Nadel durchstecken kann und dann außen an der Fassade ist. Auf jeden Fall. Wasser schafft es dadurch. Was war die andere Frage? Ob da der Nachbar ist und du dem winken kannst. Nee, ich hatte auch wenig Lust da drauf. Na gut. Ei, ei, ei. Das war die Geschichte zu meinem Loch. Ein wunderschönes Loch. Auch ein Loch hat ein 10-jähriges Mädchen in Russland. Und das ist nämlich eine uplifting-News hier nochmal ganz am Ende, ja? Wow. Die hat 18 Stunden in einem Blizzard überlebt, weil sie einen streunenden Hund umarmt hat. Oh. Süß, gell? Die Frage ist, hat es der Hund auch überlebt? Der hat es laut ihr überlebt, aber man findet ihn nicht. Okay. Der war schon so. Ja, aber das ist doch süß. Das ist aber auch ganz schön klug, sich da in irgendwas Warmes zu klammern. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt ein 10-jähriges Mädchen in den Blizzard? Naja, es ist halt Russland, ne? Okay, gut. Keine weiteren Fragen. Wurde es wenigstens von irgendeiner Dashcam gefilmt, die durch eine zersplitterte Frontscheibe gefilmt hat. Ja, der Hund hatte vorne eine Dashcam dran. Also wenn der geborgen ist, da gibt es dann bestimmt... Würde mich in Russland nicht wundern. Da gibt es dann bestimmt einen Film zu. Und dann habe ich aber noch so eine Sache, was ich echt hart fand. Richard Norman wurde neulich durch Reddit Übelzucker hart gehypt. Das ist irgendwie so ein fast 90-jähriger Opa, der sehr gerne gesungen hat und der singt auch gut. Und der hat immer für seine Frau gesungen und die ist irgendwann gestorben vor zwei, drei Jahren. Und da hat er angefangen, so Karaoke-Songs hochzuladen, die halt natürlich wieder nur so zehn Leute gesehen haben. Jeden Tag zwei Karaoke-Lieder. Und dann gab es den Reddit Hug of Love und über Nacht hat er dann irgendwie 25.000 Abonnenten bekommen und endlich viele Millionen Aufrufe. Und jetzt wurde sein Kanal gestriket, weil die Plattform oder die Website, die er nutzt, um die Karaoke-Lieder zu bekommen, also die Instrumentals, die haben ihn gestriket, weil sie das nicht wollen, dass das außerhalb ihrer Plattform passiert. Und da ist da jetzt dieser 90-jährige Mann, der mit Leidenschaft jeden Tag singt und darf jetzt nichts mehr hochladen für zwei Wochen, weil der halt gestrikt wurde. Und selbst wenn er dann das wieder darf, kann er zumindest diese Plattform nicht mehr nutzen. Ist halt sympathisch. Was sagt ein Reddit zu dieser Plattform dann? Kriegen die jetzt ein bisschen DDoS-Angriffe? Ja. Die schicken da jetzt Brechmittel hin. Ach, ging ja alles. Nee, sind die jetzt auch angepisst da drauf oder wie ist da die Reaktion? Ja, das ist auf jeden Fall... Also ich meine, man kann ja schlecht sagen, ey, boykottiert diese Karaoke-Seite. Ich glaube, da geht eh keiner drauf, aber so. Ja. 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 Einfach ja. Okay, ich sehe schon, das ist so schwer. Ich habe da keine tiefer gehenden Informationen. Ich bin nicht in so einem Anonymous-Netzwerk, wo wir uns jetzt alle verschwören, diese Seite da anzuzünden. Weg zu hacken. Ja. Okay, was geht mal in der Woche? Ja, also, ne, du, hier dieser Wrestler, der jetzt nicht mehr stark heißt. Irgendwie Mannsfried, egal genau, der hieß wie Nazi und jetzt irgendwie nur noch Gunther heißt. Ja. Das ist halt schon, das ist halt... Also ich sage mal, in der Wrestling-Welt war das richtig reichlich. Da ging ein Raunen durch. Ja. Hm. Ja. Aber auch sonst... Also für mich? Ja. Für dich. Wenn da jetzt hier so die Top-News der Woche war, dass Montana Bleckenhagenkreuz gepostet hat, ich weiß nicht. Da kann ich nicht allzu hoch gehen. Ja, aber... Und dieses Säbelrasseln in der Ukraine, also sobald da irgendwie Putin persönlich auf dem Kettenpanzer steht und da einreitet, ja, da gehe ich gerne hoch, aber... Es gibt ja ein Versprechen, dass der Brennpunkt an... Der Brennpunkt-Internet gleich zu Anfang an die Welt gegeben hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn der dritte Weltkrieg ausbricht, dann geht die Woche eine 10. Ja. Und wir waren noch nie so nah dran, seitdem es den Brennpunkt gibt. Sagen wir mal so. Ja. Wobei ich mir das echt nicht vorstellen kann. Also jetzt, da sind halt so viele NATO-Staaten nicht betroffen, sondern involviert. Das wäre doch einfach nur dumm. Und so wie ich das gelesen habe, das war natürlich jetzt aus irgendwelchen Kommentaren und nicht irgendwelchen News-Quellen oder so, dass halt Russland ökologisch gerade, ökonomisch gerade nicht so gut dasteht und sich das eigentlich gar nicht leisten könnte, so einen wirklichen langwierigen Konflikt da zu haben, weil die eigene Bevölkerung das nicht mitmachen würde. Aber who knows. Putin selbst wird übrigens als reichster Mann der Welt geschätzt, wenn man die Korruption alles grob über den Daumen peilt und kommt da so bei 2,1 Billionen raus. Also wenn das jetzt nicht jemand von euch inspiriert, auch mal so eine Oligarchie zu gründen, dann seid ihr einfach nur links. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Ist das jetzt ein Prank? Dann gebe ich der Woche jetzt eine 4. Und dann war's das. Gut, ich halte so, ich höre Herr Rotes nicht mehr. Ich vermute Best Trip. Ah, okay, es ist scheinbar doch kein Prank. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und die Musik im Hintergrund, die ist ja unangenehm laut. So laut, dass ich Herr Rotes schon gar nicht mehr höre seit meiner Liede. Ich komme zum Ausdruck. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye.